Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Folge MVP Gameplay. Heute haben wir hier den britischen Kreuzer der Stufe 7, die Edinburgh am Start. Dort ist uns auf jeden Fall eine schöne Runde gelungen, aber zuerst schauen wir uns mal kurz an, welche Module ich verbaut habe und wie meine Kapitänskillung aussieht. Bei den Modulen habe ich einmal Zielsystem Mod 1, dann haben wir Steuergetriebe Mod 2, dann haben wir Tarnsystem Mod 1 und zu guter Letzt einmal Hopp-Batterie Mod 3. Zusätzlich sind alle Verbesserungen verbaut, die es gibt. Und bei dem Kapitän nutze ich einmal den Bruce Fraser mit seiner Basisfähigkeit Beeilung und geskillt habe ich einmal Panzerbrecher, Homerun, dann haben wir Durchstoßen fixiert, bei den legendären Skills vollständig verpackt, was ich richtig geil finde, bei den britischen Kreuzern, dadurch, dass man eine weitere Aufladung von der Smoke dazu bekommt und natürlich auch von der Reparaturmannschaft, von Sonar, was richtig stark ist. Und als Inspiration nutze ich einmal den Isoroku Yamamoto und zusätzlich den Norman Scott. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt ins Gefecht. So, und wir sind direkt im Gefecht auf der Karte Norden. Mit dabei der Black Yamato mit der Lightning. Drei Zerstörer und Gegner-Team, wir haben nur zwei. Das heißt, die Gegner haben einen kleinen Spotting-Vorteil. Schauen wir mal. Außerdem natürlich auch vier Schlachtschiffe, was natürlich schon brutal sein kann als Kreuzer. Schauen wir mal. Black Yamato wird auf jeden Fall Richtung A fahren, da dort kein Zerstörer ist. Unsere Schiffe dort unterstützen. Und, ja, ich weiß gar nicht genau, was wir jetzt hier machen. Ich fahre so mal so halb mit, sage ich mal. Dass wir vielleicht immer noch die Option haben, vielleicht sogar B einzunehmen. Weil B haben wir halt kein Zerstörer. Es kann halt gut sein, dass ich dort halt hinfahre und das Cap vielleicht hole. Es kann aber auch sehr riskant sein und dass wir da schnell sterben. Schwierig. Schauen wir mal, ob wir irgendwas gespottet bekommen. Rechts ist schon mal ein Schlachtschiff. Um mal gut zu wissen. Vanguard. Hm. Ja, ich habe irgendwie schon Lust nach B zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Speziell, wenn wir dort vielleicht auch einen Zerstörer haben. Den können wir wirklich auseinanderhauen mit unserer Edin Bra. Natürlich nice. Okay, zwei Schlachtschiffe sind schon mal bei C. Das heißt, zwei sind nur noch über. Die sind dann halt entweder... Oh, da haben wir einen Miyoko. Die können wir gerade outspotten. Ah, die fährt hier voll rein. Sind jetzt auch gespottet. Schießen jetzt mit. Ah, 2.000. Dafür nur drei Treffer, vier Abprallers. Ziemlich nice. Noch mal 3.000. Da müssen wir ein bisschen gucken. Vanguard guckt nicht nach uns. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir können hier weiterfighten. Machen aber jetzt hier dennoch mal eine Smoke an. 14.000 haben wir den Miyoko schon reingedrückt. Das ist geil. Uh, noch mal eine schöne Salve. Jetzt zieht er diesmal auch. Und noch mal eine Dreifachzitter. Sehr geil. So haben wir auf jeden Fall schon mal hier First Blood gemacht und ein Kreuzer rausgenommen. Zusätzlich da rechts, habt ihr es gesehen, da kommt noch ein Zerstörer. Mh, lecker. Lecker, lecker. Schauen wir mal. Fahren rückwärts. Puh, das tut weh, Akatsuki. Schauen wir mal. 35 haben wir. Ein 8.000 haben wir gerade gemacht. Mit einer Salve auf der Akatsuki. Damit ist die Akatsuki jetzt auch deleted. Nice. Schon den zweiten Kill jetzt hier in der Runde. Sehr geil. Allerdings ist jetzt auch unsere Töpfel hier bei Mbit Shot. Leider sieht es auch bei den Caps nicht so gut aus. Aber von den Schiffen haben wir zwei Stück mehr. Gucken wir mal, dass wir hier gegen die Bismarck noch ein bisschen was raus. Oh, schöne Salve. Wer auch immer das war. Das tat weh. Oh, da ist noch eine Bismarck. Jetzt hier direkt in der Mitte schon. Da hauen wir natürlich mal ein paar Torpedos rein. Fahren jetzt hier rückwärts. Oh, 6.000. Schaden hier mit der Salve. Das haut gut rein. Auf jeden Fall. Nochmal 5.000. Nehmen wir hier gerne mit. Sekundär schießt leider jetzt ein bisschen auf uns. Ah, er bremst leider. Vielleicht kriegt er noch einen Torpedo. Ja, einer geht rein. Schade. Wäre da durchgezogen, dann hätte er alle drei gekriegt. Ja, noch nicht schlecht. Haben jetzt leider von hinten von der Vanguard eine Zitadelle bekommen. Sind halt leider jetzt Planespotte durch die Bismarck hier. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Ich würde jetzt am liebsten halt rückwärts hier im Cap reinfahren und das erstmal einnehmen. Okay, die Bismarck ist hier raus. Sehr schön. Leider ist das Flugzeug noch immer über uns. Vielleicht ist unsere Flak jetzt so nett und haut das hier mal runter. Kann ich mit leben mit diesem Treffer. So. Sind jetzt im Cap angekommen. Und die Flak war auch so nett und hat das Flugzeug endlich runtergeholt. Damit sind wir jetzt hier auch zugegangen. Super. Jetzt steht dem Cap hier eigentlich nichts mehr im Wege. Hoffe ich zumindest. 71.000 Schaden bis jetzt. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Da haben wir noch eine Jean-Bart. Müssen wir aufpassen. Ja, Gegnerteam hat auch schon alle Zerstörer verloren. Aber es sind noch vier T7-Schiffe über. Links pusht die nächste Bismarck durch. Kommen wir leider nicht rauf. Aber erstmal das Cap einnehmen. Erstmal das Cap einnehmen. Da haben wir noch die Atago. Die versucht sich zurückzuziehen. Schauen wir mal. Wenn wir noch ein Stück rückwärts fahren. Vielleicht kommen wir dort auf Atago noch auf. Wird schön breitseite. Vielleicht können wir die noch wegzittern. So, die Bismarck, die in der Mitte, die zweite reingepusht ist, ist raus. Sehr schön. Solo Cap haben wir uns jetzt auch geholt. So, da kommt die Atago. Gleich können wir schießen. Ein, zwei Schüsse kriegen wir aber raus. Wir müssen aber auch sitzen. Gucken wir mal hin. 2000. Gucken wir mal, ob der besser ist. Ah, sieht besser aus. Nice. Doppel-Zieter. Und raus ist die Atago. Unser dritter Kill jetzt sogar. Die Atago hatte natürlich nicht mehr viel. War ganz angenehm. Und jetzt können wir jetzt hier noch ein bisschen die Jean-Bart bearbeiten. 81.000 Schaden. Aber ich hoffe, da geht noch so ein bisschen was. Wäre natürlich schön. Jetzt auch abgelenkt. Die Jean-Barty wird da nicht lange leben. So viele Schiffe von uns. Und auch hier wieder gute Treffer. 4000 Schaden direkt. Ah, diesmal nur 1000. Na, jetzt aber wieder knapp vier. Ich werde jetzt wieder vorwärts. Die Vanguard links ist halt auch noch fast voll. Guck mal. Rechts haben wir drei Schiffe, die jetzt hier die Jean-Bart angreifen. Weite Kanone sogar permanent zerstört. Ich denke mal, denen werden wir jetzt hier die Jean-Bart überlassen. Da kommen auch so viele Torpedos. Und noch die andere Jean-Bart. Äh, nee, Recheriö ist es. Die werden die jetzt hier auch hoffentlich gleich rauskriegen. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier die Vanguard nochmal ein bisschen bearbeiten können. Haben ja auch eine Smoke-Ready. Können wir dann gut nutzen, denke ich mal. Noch ein paar gute Treffer auf die Jean-Bart gemacht. So, jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier bei Vanguard drunter schmelzen können. Ich glaube, da können wir auch nochmal richtig gut Schaden machen. Oh ja, 1600 mit zwei Geschützen. Nochmal 3000. Das geht richtig gut voran, ey. Wieder fast 3000. Fast 4000, über 4000 sogar. Ei, ei, ei. Das ist richtig lecker hier auf die Aufbauten schön. Da kommen richtig Schaden zusammen. 110.000 schon. Eben waren wir irgendwie bei 90. Das geht halt wirklich fix. Und ja, die Recheriö drüben ist sogar rausgegangen. Großkaliber gab es noch. Okay, der sollte tot sein. Da müssen wir doch jetzt nochmal auf die Jean-Bart. Habe ich vielleicht ein bisschen zu früh aufgehört. Aber wir haben halt die Vanguard halt richtig gut beschossen. Schauen wir mal. Wir haben sogar... Wenn wir die Jean-Bart sogar killen, kriegen wir sogar noch eine Krake. Merke ich gerade. Fühlt sich gar nicht so an, wie so eine Kraken kommt. Das war eine gute Runde, speziell wegen den ersten zwei Kills. Unterstützer gab es noch. Und Kill Nummer 5. Die Krake stand gar nicht klar. Das ist doch keine Krake. Müssen wir gleich mal gucken. Im Teamergebnis. Schauen wir mal. Habe ich mich jetzt verguckt? Ne, war doch eine Krake. 121.000 Schaden. Also wirklich speziell die 40k am Ende. Die ging nochmal so schnell gegen die Schlachtschiffe. Wirklich nur ein paar Seifen rechts, links raus. Und auf einmal 40.000 Schaden mehr. Also die Edin-Bran macht richtig Laune. Könnte eins meiner Lieblingsschiffe werden auf T7. Wirklich super. Also zumindest mein Ersteindruck. Ich habe jetzt vielleicht 5, 6 Runden damit gespielt maximal. Und das Ding ist halt richtig geil. Macht mir Spaß. Mir persönlich passt das auf jeden Fall vom Spielstil. 126 Zieltreffer. Ein Torpedotreffer. Ein Flugzeug abgeschossen. Fünf Kills. Ein Wassereinbruch. Sechs Zitadellen. Ein Solo-Cap. Unterstützer. Krake. Erstes Blut. Großkaliber. Hier richtig schön was abgeräumt. Und wir schauen uns natürlich auch das Teamergebnis an. Ja, dort sind wir auf jeden Fall auch auf den ersten Platz gelandet. Mit 2954 Basis-CP. Fünf Kills nehmen wir gerne mit. Schöne Runde hier auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Die Edinburgh. Ein super Schiff. Könnte wirklich eins meiner Favoriten Schiffe werden in Zukunft. Schauen wir mal, ob ich auch weiterhin so gut damit performe. Bis jetzt hatte ich wirklich noch nicht wirklich eine schlechte Runde gehabt. Wirklich immer so 100k aufwärts. Das war auf jeden Fall immer ziemlich nice. Das war natürlich meine erste Krake. Aber wie gesagt, da ist glaube ich noch Luft nach oben. Auch was den Schaden angeht. Ich denke mal 200.000 da unten sollten damit auch gar nicht so schwierig sein. Müsste ich mal schauen, ob es mir gelingt. Und wir schauen uns natürlich auch noch mal den Wirtschaftszweig an. Dort haben wir wirklich richtig was abgeräumt. 226.000 Kreditpunkte Gewinn gemacht. Ohne irgendwelche Kreditbooster. Und es war ja gerade der tägliche Siegbonus von 200%. Zusätzlich habe ich noch die epischen Booster alle benutzt. Und dort haben wir wirklich 17.000 Erfahrungen gemacht. Über 4.000 globale EP und 26.000 Kapitäns-EP in der Runde. Das war natürlich richtig, richtig nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like dann. Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account. Mein Twitch-Kanal. Mein Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.